Hallo zusammen, ich hier ist wieder heutzutage und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es um ein paar Partys in Kisten, die wir öffnen möchten. Diesmal bin ich auf meinem Shami und ihr seht, ich habe schon einige Kisten hier rumliegen. Wir wollen insgesamt aber nur 20 Kisten öffnen und ich merke gerade, ich habe das Addon gar nicht an, was mir zeigt, was für Kisten mir noch fehlen würden. Jetzt müssen wir das so ein bisschen, oder was für Items aus den Kisten mir noch fehlen würden, das müssen wir das so ein bisschen im Blindflug machen. Ist aber nicht schlimm, ich glaube beim Shami waren es noch zwei oder drei Items, die offen waren. Ja, und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, vielleicht kriegen wir die richtigen raus. Also, erstes Item, haben wir einmal ein Trinket, das bringt schon mal kein T-Mog. Dann haben wir eine Waffe, das bringt auch kein T-Mog. Oh, ich habe glaube ich den Sound nicht an, obwohl, wenn ich all the things nicht an habe, dann kommt auch kein Sound. Okay, never mind. Dann, das dritte Item, haben wir Faustwaffen, das bringt mir auch kein Mog. Nochmal Faustwaffen, nochmal einen Trinket. Okay, bitte. Hier nochmal die Faustwaffe. Ein Ring. Oh, komm, so ein paar T-Mog-Items wären schon mal drin, ich würde gerne mit dem Shami endlich mal fertig werden. Dann haben wir nochmal eine Waffe. Jetzt habe ich acht Kisten aufgemacht und habe sechs Waffen drin, oder? Ne, fünf Waffen, pardon. Jetzt habe ich sechs Waffen, okay. Ne Brust, die brauchen wir leider nicht vom Mog her. Dann ein Trinket, das bringt nichts. Dann haben wir hier ein Schmuckstück, das brauche ich auch nicht. Nochmal einen Ring. Schuhe, die hatte ich auch schon. Schultern, die hatte ich auch schon. Ne Waffe hatte ich auch schon. Ich glaube, meine Fälle schwimmen gerade davon. Ein Ring. Ne Waffe, nochmal. Wie viele haben wir jetzt von denen? Acht Stück. Einen Hals. Und das letzte, vielleicht wird es da was. Wie sieht es aus? Nochmal ein Hals. Also das war eine Nullnummer auf voller Linie. Einfach gar kein einziges Thema rausgekriegt. Und ja, das sollte anscheinend sein. Ich habe ja noch ein paar Kisten. Beim nächsten Opening habe ich hoffentlich ein wenig mehr Glück. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut am nächsten Mal wieder rein. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. Ciao.